Hi Okay Oh man Na gut, ich glaub mal ein paar Maps krieg ich noch hin und dann spielen wir lieber wieder Ultimate Doom Ich sollte mit Weckdyser-Ton wirklich für morgens aufstehen oder für abends vorher mit's Bett gehen aufheben What the fuck? Wow Äh, ist hier schon mal ein Punkt, wo man sich verstecken kann? Okay, hier ist gut Hier ist gut Alter, ich denk nicht, warum Ich suche eigentlich nur ein Ort, wo ich mich verstecken kann und renne von einer Falle in die nächste Na komm Fuck Fuckin Verfickte Fickifickfick Dankeschön So, speichern Holy fuck Ich hab noch alle Klo-Wasser gegessen Ja, das kann man essen, man muss sich nur in die Mühe geben Oh, er verliert Alter Das ist hier grad mehr ein Kampf gegen die Sonne, als ein Kampf gegen Back to Saturn Wir sollten das Spiel Wir sollten das Spiel lieber Back to Sunrise nennen Boah, Leute Äh Äh Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr, äh Ohne Sonnenbrille Im Hochsommer in die Sonne guckt Ich fühle mich grad eiskalt ganz genauso So So Okay Ich glaub, wir haben hier alle Gut Okay Äh, jetzt kommen die hier dran Fuck Ah, wohnt ja raus Dankeschön Gut Brauch ich allerdings noch gar nicht Mhm Lieb, sehr lieb Dankeschön Geht sie noch ein? Oh Hm Oh Wir haben da schon Twibble Jump Na gut Dankeschön So Die Sonne ist wieder hinter ein paar Wolken versteckt Ich hoffe, das bleibt jetzt so viel in den nächsten drei Stunden So kann man auch spielen Das macht doch schon viel mehr Sinn Oh, da unten ist ein Fatman Ein Feuer Herz hätte er so gedacht Oh Ja 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 Sachen Bo aus nein das war mehr als ich doch verarschen kommt auf meine lindsanzeige da null rüstung 5 prozent leben und was bekommen ich fucking schrotflinten munition wo ich fucking voll bin das ist so nicht der ernst es tut dem herzen die hand ausführen geht er etwa danach was für eine waffe ich kann oder was das ist einfach so sinnfrei cashback anke na komm her komm her nein nein wo ist der rote riese wasser war dankeschön auf dich habe ich etwas äh da muss ich jetzt hin wie denn Okay, ich komme doch nicht mehr hoch Hier komme ich aber hoch Auch nicht Okay, wir machen mal kurz Anlass Ich gehe mal kurz nochmal zurück Oh, wow Na, komm Dankeschön Das sieht doch schon besser aus Äh, ah, Alter Wo ist das denn? Alter Verkalt bitte dir alles an Ach, leck mich doch am Arsch Hup-hug Oh, fuck Stürb doch, du scheiß Ding Wer war das gerade? Aha Oh, die, fuck Alter Hey, hier war ich doch bereits Oh, oh Oh, das war gar nicht mal so schlecht Was tut er um eigentlich? Vollidiot So, was haben wir gelernt? Hand auswählen Und jetzt? Ah, also wirklich Es kommt wirklich darauf an, was für eine Waffe man in der Hand hält Das brauche ich jetzt nicht gerade Okay Vielleicht auch doch nicht Okay Es war doch nur Wunschdenken, dass es an der Waffe liegt Es wäre so schön gewesen Wow Nein, darauf Fuck Alter Jetzt musst du mir aber was geben Ich bring dich um Ich bring dich um Du bist duuut Alter Sobald ich mit dem Web fertig bin werde ich GZ-Doom Doom vor Doom Back zu Saturn Und meinen gesamten Rechner deinstallieren Das gibt's doch gar nicht Ich hab echt das Gefühl Ich will mich verarschen Das ist vorsätzliche Täuschung Hä? Och nö Oh, das geht noch mal durch die Handschlacht Mit der Handkante Shaky Shen Style Fuck Off So Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Alter Ich sehe die Map hier gerade gar nicht Äh Ich geh mal kurz ein bisschen hier ran Wir haben die rote Karte Da oben ist was Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hallo? Da bin ich Äh Ich sehe hier gerade gar nichts Rotes Nein Hier ist nichts Rotes Ah, super So, da hinten Ist ein Raum Wir haben immer noch dieses Ding hier an Hättet ihr, dass ich kann hier langlaufen Hä? Was? Wir kriegen Schaden Obwohl wir den fucking Kack Die Kack Arsch anhaben Oh, was war denn hier? Wow Danke Nein So, wir müssen darüber Perfekt Ah Noch mal eine Map Oha So, da Ist das ein Portal? Sieht so aus, oder? Ja, das ist ein Portal Und wo sind wir jetzt? Alter Hier sind so viele weiße Punkte auf dem Bildschirm Hier erzähle ich ja gar nichts mehr Wo bin ich denn? Warte mal ganz kurz Äh Wow Ich sehe einfach gar nichts Gut, dann nehmen wir mal einen kleinen Trick Und zwar nehmen wir Das hier Das hier Hä? Ach Das bin ich Okay Okay, gut Gut Alter Ist ja hier Ist schon ganz schön Also ich muss schon sagen Es ist scheiße Es ist ja Lava Fuck Nah, fuck 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 Ich bin doch Fuck Come her Komm her Nein, 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 nein Nein, nein Nein, nein, nein mourn Dann komm zu mir Danke Ist noch nie was? Hat doch noch jemand Was? das ist so viel was hat das ausgelöst hoffentlich nicht der dritte weltkrieg hier bin ich ja durch hier gab es aber auch keinen gelben schlüssel halte ich glaube ich muss jetzt wirklich abbrechen das ist einfach zu hell draußen fanny so wir haben kein gelben schlüssel wir haben auch kein blauen schlüssel wir haben einen roten schlüssel ich gehe noch mal zum ausgangspunkt zurück wenn ich den jetzt finde ich muss da und die übers laba aber ich wollte jetzt doch gar nicht aber gut das ist natürlich nicht was ich wollte da muss ich danke schön speichern wir mal rot ich muss was rotes suchen was rotes finden was rotes was wieder wurde das macht mich in ruhe ah hier ist der schalter ok da kann ich reihe wo ach du kacke ja komm jawoll 47 bei wo was 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 Sind alle weg? Komm Was? Was? Alter, ich hab bekommen... Ich hasse fallen Ich hasse fallen Fuck you Nein Ich glaub, ich bin tot Noch mehr? Nee, doch nicht Alter, ihr wollt mir doch alle verarschen Ah, ach du warte Ah Ah Na, hier war ich bereits Oder wie? Egal, hier geht die Fotos ab Boah, Alter, was ist denn hier los? Ist das fast kostenlos oder so? Ist das fast kostenlos oder so? Ach, Leute Nein, wo bin ich jetzt überhaupt? Ach, ich bin ganz veröffentlicht nicht so Nein, halt Ach, ich weiß nicht, wo ich hier bin Da war noch einer, los jetzt kommt da So, nein, nein, ich hol dir einen in die Frette Du kommst weg Du kommst weg Ja klar, hau mich mal Feuer noch mal schön Alter, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh Ach, Alter, ich hab behindert Mach doch, was ihr wollt Ja klar, ich geh nicht Alter, ich will So, hier war es Alter, ich will So, hier war ich So, hier war die Falle So, hier war die Falle da sieht es Was? Hilfe! Wo bin ich hier gerade? Ach, ich weiß, wo ich bin. Ja. Ich bin in einem Boden, der sich normalerweise anhebt, wenn ich den Raum betrete. Ich bin in einer Falle drin. 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 So. Holy fuck. Nee, damit diese Monster entstehen können, also, damit sie sporn können, sie entstehen da ja nicht. das ist ja quasi sagt die mutter einfach nur hoch gedrückt werden halt also diese netzwelle da sind aber praktisch im boden drin und werden denn bei bedarf hochgedrückt und genau das ist das was man da gerade gesehen hat ich bin gar nicht durch so abermals nach hier ist jetzt der platz wo ich normalerweise angefangen habe als er ab hier muss ich jetzt noch mal weiter spüren einfach was trinken es ist wichtig dass man weil wenn man diese ruhe hat und rumfliegen kann die map ist ja nicht dafür gedacht dass man fliegen kann wie man gesehen hat ich bin in eine falle reingeflogen was natürlich normalerweise nicht gehen sollte und damit kann man halt das gameplay von so einer map auch kaputt machen indem man praktisch abkürzungen nimmt oder irgendwo in der falle ist wo man nicht mehr rauskommt oder sowas und deswegen versuche ich persönlich oder habe ich versucht praktisch zum ende meiner karriere als fliegender dämon praktisch zu dem punkt zu gelangen wo ich auch normalerweise hinkommen würde und das war halt der ort wo ich angefangen habe als dämon und damit praktisch wieder wenn ich diese position verlasse wenn sie ein normales gameplay starten zu können also jetzt bin ich heute wieder auf den rechten weg auf dem normalen weg so wie es mir vorgesehen hat ich glaube ich hoffe das ding mal kurz danke schön gut so warte die sonne kommt schon wieder raus so die runde ist allerdings relativ gut verlieben kann ich nicht fliegen heißt dass ich komme hiermit nur in ort wo ich auch normalerweise drankommen würde so mach bei den wow Ah, ich weiß nicht, dass du wirst, dass du... Uh, dann! Oh, da oben! Ist, das ist jetzt vorbei. Äh, da oben. Ah! Ah! Das war die von euch. Ne. Oh! Wo muss ich jetzt hin? Ich hab grad keinen Plan, wo ich direkt hin muss. So, hier war ich bereits. Ich bin auf den alten Kreis. Gut. Ähm... Das macht keinen Sinn. Ne, ich geh'n Schalter. Ich muss also irgendwo einen Schalter auslösen. Oh, oh! Fuck! Oh! Und skierst doch gar nicht mehr raus. Da. Fuck. Fuck. Ja klar, das war logisch. Ja klar, das war. 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 Okay, klingt nicht sehr gesund. Klingt eher wie eine schlimme Markvollstimmung. So, ich höre davon aus, ich muss hier rüber. Ja klar, das war. Durch die Brühe. Ja. Ja klar, das war. 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 Ja klar, das war ja immer. Ne, dann geh ich mal lieber noch nicht hin. Das scheint mir zu unsicher. Achso. Andererseits, ich hab's mir was überlegt. Arschloch. Sooo. Wache denn. Ach du Kacke. Boah, Alter, Puck. Warte schön. Warte schön. Mann, ey. Ich wollte eigentlich nicht die mittlere Masse drücken. Um ein Ding zu melken wie eine Kuh. Powered by Geschick, gegen Recht. Gott, wo ist denn hier hin? Irgendwo. Interessant. Achso, hier komm ich her. Oder? Nee, komm ich nicht her. Das war ich noch nie. Gut. Also gucken wir mal was hier hinter ist. Boah, Alter. Boah, Alter. Mann. Wer kommt auf die beknackte Idee, so ein Spiel mitten am Tag zu spielen? In prallender Sonne. Ja klar. Danke für die Blumen. Oh, jetzt mach ich mal wieder ein bisschen klassisch. Oh, wow. Leck mich doch. Boah. So. Boah. 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 Boah, booh. So. So... Speichern Dank Raffi So, ah. Was, was, was? Auf die Zeit, tschüss. Was? Oh, Mann. Was? 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 Für alle, die es wissen wollen... Hä? Aber ich habe doch vielleicht gerade gar nicht aktiviert, oder? Oder bittest du aus Versehen? Hä? Ne, kann nicht sein. Keine Ahnung. So, erstmal verruhen muss. Bevor ich die nächste Runde wieder verschwendige. Ja, so ungefähr. Aha. Ich habe keinen Platz, wo ich hin muss. Achso, doch, ja eben, ich muss noch raus. So, und dann habe ich... Und da kam ich... Was hier? Aha. Oha. Okay. Okay. Ich versuche mal jetzt etwas, was ganz extrem verrückt ist. Ich hoffe mal, das war jetzt etwas richtiger. Oder? Mist. Nee, das würde zu lange dauern. Das Problem ist nur, wenn ich mir gleich die Spinne aufhole, dann bin ich mit der Spinne auch wieder zu langsam. Aber das würde auch nicht funktionieren. Oder? Ah, eben. Na gut. Hoffentlich kommen jetzt noch ein paar Monster. Ja. Wow, ich kann es auch gar nicht drücken. Auch mal nicht von sterben. Doch, ich kann es wirklich nur zu ganz nah rangehen. Ah, wow. So. So. Mann, das geht so gar nicht. Was würde sich denn jetzt hier öffnen? Achso, das Ding ist runter. Oha. Ach du Scheiße. Gut, ich versuch's mal ohne. Hä? Och nö. Okay, komm, wir müssen mal mit der Spinne machen. Aber ich weiß nicht, wie es geht mit der Spinne. Äh, nein? Ja, gut. Guck mal auf die Zetsanzeige. Das ist doch unfair. Und jetzt wissen wir ja genau das, was ich meine. Das macht einfach keinen Sinn. Für hier noch so rein? Auch nicht. Ah, super. Gut, mal schauen, was uns hier erwartet. Bei dir hab ich mal Revenant gesehen. Aber es sind mehrere? Ja, es sind mehrere. Boah, alter Leute. Alter, ich kann hier alles... Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, leck. Ne, ne, komm. Ich muss erstmal die Revenant komplett loswerden. Alter, komplett und nicht gegen die Pfosten rennen. Ja. 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 Da ist der Nass. Gut, Leute, soviel zum Thema mit dem Sonnenspiel. ich werde heute erst mal mit begleitet und aufhören und danach den gleich ultimate du anfangen weil das funktioniert einfach nicht ich sehe ein scheiß weil draußen bewölkt und die sonne kommt raus kommt nicht mehr raus und diese ständige umgewöhnen ist entweder ist die sonne nicht da denn ist fast alles weiß weil ich den gamma wird auf 1,5 habe oder aber die sonne scheint extrem rein der sich auch nichts von der gamma werden witz tut das funktioniert leider gar nicht von daher keine ahnung wie lange eigentlich aufgenommen drei folgen solide drei folgen dann sehen wir uns zu ultimate du wieder